So, ja, dann ist die Aufnahme gestartet und damit ein Recht herzlichen Willkommen zu einem weiteren Video der Betriebswirtschaftslehre. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie ihr sehen könnt, wir werfen heute einen Blick auf die Fertigungstechnologie, unterscheiden den Fertigungstypen von der Fertigungsorganisation voneinander. Und zwar haben wir hier unterschiedliche Typen und Formen, die wir uns ansehen werden, indem wir Beispiele entwickeln. Diese Beispiele werden wir hier gleich abtragen. Ihr findet alle Erklärungen, Definitionen, Begrifflichkeiten, Beispiele etc. in der Videobeschreibung enthalten. Wenn ihr es also nicht abwarten könnt, klappt die Videobeschreibung auf. Ich möchte auch nochmal erwähnen, dass dieses Video zwei andere Videos ersetzen wird. Und zwar, ich befinde mich jetzt hier im achten Semester, habe einen bestimmten Wissensstand, ein bestimmtes Fachwissen, eine bestimmte Fachthermik bereits aufgebaut. Möchte diese jetzt auch euch vermitteln, indem wir uns dieses Thema noch einmal ansehen. Also, sprich, die beiden Videos, die ihr bereits in der Playlist der Betriebswirtschaftslehre gefunden habt, werden archiviert. Das heißt aber nicht, dass die beiden Videos verkehrt sind. Sie sind inhaltlich korrekt. Allerdings ist die Videoqualität entsprechend mit der Hintergrundmusik nicht mehr zeitgemäß. Und demzufolge habe ich mir gedacht, dass die gesamte Playlist der Betriebswirtschaftslehre nochmal erneuern werde. Wenn euch trotzdem für diese beiden archivierten Videos interessiert, schaut in die Playlist archiviert hinein oder nutzt die Kanalsuche. Wir haben uns im letzten Video dem Leistungsprogramm gewidmet. Leistungsprogramm, was ist das noch einmal? Das Leistungsprogramm einer Unternehmung setzt sich in einer gegebenen Situation aus einer Teilmenge aus allen möglichen Mengen der zu produzierenden Güter- und Dienstleistung zusammen. Also, Unternehmen X entscheidet über Leistungsprogramm X. Folglich muss bezüglich des Leistungsprogramms entschieden werden, welche Produktarten in welchen Mengen für welche Nachfragen hergestellt werden sollen. Also, drei Entscheidungen muss sich hier bezüglich des Leistungsprogramms treffen. Haben wir uns im letzten Video angesehen. Wenn ihr da nicht sicher aufgestellt seid, ihr da noch Input braucht, dann schaut euch das Video auf alle Fälle an. Ja, zusammenfassend kann man sagen, ich muss erstmal entscheiden, welche Güter-Dienstleistung ich anbieten möchte. Wenn ich das weiß, dann muss ich natürlich entscheiden, in welchen Mengen muss ich oder möchte ich diese Güter anbieten. Ich muss natürlich entsprechend die Nachfrage in dem jeweiligen Markt auch berücksichtigen. Hinsichtlich der Leistungsentstellung entscheidet Unternehmung über Fertigungstyp und Fertigungsorganisation. Und das ist eben entsprechend der nächste Schritt. Leistungsprogramm und dann Fertigungstechnologie. Davor hatten wir meiner Meinung nach noch den Standort, den wir entscheiden mussten. Natürlich, ohne Standort kann ich mich nicht bezüglich der Fertigungstechnologie befassen. Und da ziehen wir jetzt die ersten Stränge. Fertigungstechnologie. Wir haben einmal den Fertigungstyp und einmal die Fertigungsform bzw. Fertigungsorganisation. Ihr seht wieder, wir haben zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten, die aber dasselbe meinen. Richtet euch bitte nach der Veranstaltung. Ihr habt eine Veranstaltung X und in dieser Veranstaltung X wird der Begriff der Fertigungsform erwähnt. Dann verwendet die Fertigungsform. Wenn ihr die Fertigungsorganisation dort behandelt, dann verwendet auch eine Klausur die Fertigungsorganisation. Wenn ein anderer Begriff geläufig ist, könnt ihr den natürlich entsprechend auch verwenden. So, Fertigungstyp. Wir müssen als Unternehmen X entscheiden über Menge gleichartig hergestellter Güter. Unter Güter verstehen wir die Produkte und die Dienstleistungen, die wir auf dem Markt platzieren oder anhand von Aufträgen abarbeiten. Und Art und Häufigkeit der Wiederholung des Fertigungsprozesses. Das ist der Fertigungstyp. Wenn ihr noch Input braucht zum Thema Güter, dort haben wir auch einige Videos bereits auf unserem Kanal hochgeladen. Hier kann ich das Video in der Volkswirtschaftslehre empfehlen. Da haben wir sogar so einen Güterbaum erstellt. Und dort seht ihr auch, dass unter dem Begriff Güter auch Dienstleistungen fallen. Also mit einer Dienstleistung ist auch ein Gut gemeint. Aber nur eben entsprechend aus volkswirtschaftlicher Perspektive. Je nachdem, wo ihr euch einordnet, der BWL oder VWL, könnt ihr entsprechend den Güterbegriff definieren. So, Fertigungstyp. Unterscheiden wir in Einzelfertigung und Mehrfachfertigung. Hierzu habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Natürlich, alles kann ich jetzt hier auch nicht auf dem Stehgreif formulieren. Aber Einzelfertigung. Wenige gleichartige Produkte. Das heißt, der Produktionsablauf ist jeweils auf die Erstellung eines Einzelproduktes ausgerichtet. Ich möchte hier ein konkretes Beispiel geben. Der Staat möchte eine Brücke bauen über einem Fluss. So, weil der Staat merkt, okay, die Infrastruktur in dieser Region reicht nicht aus, um den Bedarf an Verkehr decken zu können. Das heißt, meinetwegen auf Autobahn X fahren massig an Autos lang. Die möchten wir jetzt gerne umleiten über eine Brücke X. So, das heißt, der Staat tritt hier als Wirtschaftsobjekt auf und formuliert einen Auftrag. Einen Auftrag an die Öffentlichen, beziehungsweise macht den Auftrag öffentlich für die Unternehmen. So, dann melden sich meinetwegen 100 Unternehmen. Der Staat tritt als Auftraggeber auf und der Unternehmer als Auftragnehmer. Und der Staat weist den Auftrag dem Unternehmen zu, welches die günstigsten Konditionen anbietet. In der Regel ist es der Preis. Es kann aber auch andere Leistungsmerkmale enthalten. Meinetwegen, dass die Brücke innerhalb von zwei Monaten statt einem halben Jahr fertiggestellt ist. Je nachdem, wie dringlich auch der Auftrag ist. Also Staat als Wirtschaftsobjekt weist den Auftrag einem Unternehmen zu, weil das Unternehmen sich auf diesen Auftrag entsprechend beworben hat. Also haben wir Auftragsnehmer und Auftragsgeber, die Brücke wird gebaut. Das ist Einzelfertigung. Das ist ein Einzelstück, was angefertigt wird. Ich kann diese Brücke nicht zehnmal anfertigen und dann sagen, okay, der Staat braucht wieder eine Brücke, dann schicken wir die Brücke an den Ort X hin. So, dann an den Ort Y, dann an den Ort Z. Hamburg, München, Berlin. Ja, nicht jeder Fluss hat dieselbe Breite. Nicht jeder Fluss eignet sich für die Brücke. Ja, jede Brücke hat vielleicht unterschiedliche Witterungsbedingungen zu unterliegen. Dementsprechend muss die Brücke unterschiedlich ausgerichtet sein und dann natürlich die Größe der Brücke. Ich kann nicht mal eben so eine 500 Meter lange Brücke nach München liefern. Das als Beispiel der Einzelfertigung. Also, Beispiele wären Schiffsbau, auf eine Werft, Werkzeugmaschinenbau und Brückenbau. Wenn ihr weitere Beispiele habt, gerne die Kommentare dafür nutzen. Wir schreiben jetzt einfach auf den Brückenbau, den ich hier ausführlich erläutert habe. Brückenbau. Punkt. Also die Brücke kommt nicht aus irgendeiner Maschine raus, sondern die wird einzeln gefertigt. Da arbeiten sehr wahrscheinlich Arbeitskräfte monatelang an dieser Brücke und sehr wahrscheinlich auch direkt am Ort, dort wo diese Brücke aufgebaut wird. Wenn ich an meinem Teich eine Brücke haben will, dann finde ich die vielleicht auch im Baumarkt. Aber okay. So, wir kommen mal weiter zur Mehrfachfertigung. Diese zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass wir mehrere Einheiten fertigen, anfertigen. Das merken wir, wenn wir uns die einzelnen Fertigungen der Mehrfachfertigung anschauen. Also die Fertigungstypen. Und zwar Massenfertigung, ein und derselbe Fertigungsprozess wird ständig wiederholt. Die Menge ist sehr groß und homogen zueinander. Massenfertigung. Es werden Massen angefertigt. Ich brauche dafür ja den Industriebetrieb, der diese Masse anfertigt. Zum Beispiel eine Masse an Streichhölzern. So. Streichhölzer. Unterscheiden die sich großartig. Wenn ich in den Supermarkt X hineingehe, werde ich die gleiche Qualität an Streichhölzern finden, als wenn ich in den Supermarkt Y hineingehe. Also es gibt einen Industriebetrieb, der fertigt massenweise Streichhölzer an. Punkt. Also schreiben wir Massenfertigung hin. Streichhölzer. Neben den Streichhölzern können wir auch noch Feuerzeuge nehmen. Oder auch Zigarettenproduktion. Hier könnte sich vielleicht noch was am Nikotingehalt des Tabaks oder der Qualität des Tabaks unterscheiden. Aber es ist immer noch eine Massenfertigung an Zigaretten, die angefertigt werden muss, um entsprechend den Bedarf auf dem Markt decken zu können. So. Die Nachfrage entsprechend. Der Nachfrage gerecht zu werden. So. Dann kommen wir zur Sortenfertigung. Und zwar ein Produkt wird mehrfach hergestellt. Produkte sind in der Art des verwendeten Einzelmaterials miteinander verwandt. Beispiel das Material Holz, aus dem ich Möbel herstelle. Oder Hemden mit unterschiedlichem Schnitt. Ich habe einen bestimmten Stoff, in dem die Hemden sich entsprechend ähneln. Punkt. So. Sortenfertigung. Wir schreiben hin. Das Beispiel mit den Möbeln. Um das noch ein bisschen zu konkretisieren. Möbel aus Holz. Punkt. Dann haben wir die Serienfertigung. Und zwar ein gleichartiges Produkt wird mehrfach hintereinander hergestellt. Es bestehen fertigungstechnische Besonderheiten der einzelnen Produktvarianten. Zum Beispiel bei PKW-Produktionen von verschiedenen Typen. Oder bei Elektrogeräten. Zum Beispiel. Smartphones. Um das noch weiter zu konkretisieren. Smartphones. Nehmen wir mal an. Wir haben eine Serie an Smartphones, wo eine Kamera mit einer Megapixel-Anzahl von 48 enthalten ist. Die nächste Serie enthält eine Kamera von 54 Megapixel. Die nächste von 70 Megapixeln. Die nächste Serie hat noch Fingerabdrucksensoren integriert. Die nächste hat eine Front-Rückseiten-Kamera. Die nächste hat ein mega großes Display. Hochauflösendes Display. Die nächste hat zwei Lautsprecher integriert. Die nächste hat noch einen Joy-Con mit drin. Die nächste hat einen Kartenslot mit drin. Und so weiter und so fort. Also wir fertigen eine gesamte Serie an. Und damit unterscheidet sich die Serienfertigung von der Sorten- und Massenfertigung. Also diese drei Pakete. Mehrfachfertigung, Einzelfertigung steht für sich alleine. Mehrfachfertigung eher der Industrie zuzuordnen. Also im klassischen Industriebetrieb, der eben mehrere Mengen produziert von einem Gut. Und Einzelfertigung kann zum Beispiel der Tischlerbetrieb sein, der einen Auftrag erhält. Oder auch ein Industriebetrieb, der einen bestimmten Auftrag vom Staat erhält. Es muss aber nicht zwingend der Staat sein, der diesen Auftrag erteilt ist. Es kann auch ein Unternehmen X, ein Unternehmen Y beauftragen mit der Fertigung von bestimmten Produkten. So, abgearbeitet. Fertigungstyp schieben wir beiseite. Wir kommen zur anderen Seite, zu den Fertigungsformen bzw. Fertigungsorganisationen. Entscheidungen über Art der Anordnung der Fertigung gegenüber der Entscheidung über Menge gleichartig hergestellter Güter und Art und Häufigkeit der Wiederholung des Fertigungsprozesses. Das nochmal klar zu differenzieren, Fertigungstyp von der Fertigungsorganisation. Hier haben wir auch drei Pakete und ein Paket, das eine Mischform aus Werkstattfertigung und Fließfertigung darstellt. Also die Beispiele, die wir in der Werkstattfertigung und Fließfertigung nennen, die können wir dann hier auch in der Gruppenfertigung nennen. Dazu gehe ich aber gleich noch einmal ein. Kommen wir mal zur Werkstattfertigung. Wie haben wir das definiert? Jedes Stück durchläuft verschiedene Werkstätten und gleichartige Maschinen und Arbeitsplätze sind an einem Ort zusammengefasst. Beispiel Lackiererei. Wir können unseren Holztisch wieder nehmen. In der Lackiererei werden Tischplatte und Tischbeine unterschiedlich lackiert. Die Tischplatte erhält zum Beispiel die rote Farbe, die Tischbeine die schwarze Farbe. Dann gibt es noch eine Werkstatt, die beauftragt wird, um die Tischbeine wieder zusammen zu montieren nach der Lackierung. So, Punkt. Da haben wir schon zwei Werkstätten innerhalb unserer Werkstattfertigung. Also in unserem Produkt, das durchläuft, unterschiedliche Werkstätten. Von A nach B, von B nach C, von C nach D, kann aber auch wieder von D nach B wieder zurückgehen. Von B nach A, von A nach C und so weiter und so fort. Je nachdem, um welches Produkt es sich hier handelt, welche Arbeitsschritte, Arbeitsgänge vollzogen werden. Wir haben aber unterschiedliche Werkstätten, die sich entsprechend auf Lackierung X spezialisiert haben. Dann meinetwegen, es geht zum einen um die Farbe. In der nächsten Werkstatt geht es dann darum, dass der Tisch wetterfest gemacht wird, weil das ein Tisch ist, der draußen stehen soll, auf der Terrasse stehen soll. Im nächsten Schritt geht es darum, um die einzelnen Teile eben zusammenzuschrauben. So, dann gibt es vielleicht noch eine Werkstatt, die am Ende nochmal für die Prüfung zuständig ist. Ob das nochmal für die Messung zuständig ist, ob das Produkt am Ende so rauskommt, wie man sich das auf dem Plan auch vorgestellt hat. Wie gesagt, hier gibt es unterschiedliche Beispiele, die wir nennen können. Ich schreibe jetzt einfach hin, Lackiererei, Werkstattfertigung, Lackiererei. So, und dann nehmen wir hier einfach mal den Holztisch, der in der Lackiererei entsprechend die Werkstätten durchläuft. Und Lackiererei ist nicht ausschließlich Lackieren, sondern Lackiererei fügt doch die einzelnen Teile wieder zusammen oder baut sie vorher auseinander. Ich habe einen Tisch, wird vorher auseinander gebaut, dann lackiert und am Ende wieder zusammengebaut. So, das heißt von A nach B und von B wieder nach A zurück. Punkt. Wäre eine einfache Werkstattfertigung. Ja, dann kommen wir zur Fließfertigung. Ich komme gleich nochmal zu ein paar Vorteilen und Nachteilen. Da habe ich mir auch noch was rausgesucht, aber dazu gleich mehr. Fließfertigung, wo haben wir das Paket? Gleichartige Produkte bedingen stets gleichartige Arbeitsgänge. Maschinen sind dezentralisiert und nach dem Fertigungsablauf angeordnet. Hier das klassische Fließband als Beispiel. Fließband. Fließband in der Lebensmittelindustrie. Wenn wir zum Beispiel eine Suppe anfertigen, da haben wir unseren Behälter. Da kommen verschiedene Zutaten auf dem Fließband rein. Einmal Möhren, dann Lauch, dann die Suppe selbst, das Fleisch und so weiter und so fort. Die einzelnen Zutaten werden Stück für Stück in den Behälter integriert. Am Ende wird das Ganze miteinander vermischt und der Deckel wird oben drauf gemacht. Punkt. Die Suppe ist fertig und wandert in den Supermarkt. Fertig. Fließfertigung. Weiteres Beispiel wäre hier die Autoproduktion. Autoproduktion. Erwähne ich deshalb als Beispiel, weil in Deutschland haben wir eine sehr starke Autoindustrie. Dementsprechend sieht man auch häufig in den Nachrichten eben diese Fließbänder in der Autoindustrie, wo eine Maschine in Verbindung mit Arbeitskräften tätig sind, auf einem Fließband. Dort durchläuft die Karosserie das Fließband und meinetwegen Karosserie wird lackiert. Im nächsten Schritt, im nächsten Arbeitsgang werden die Sitze eingebaut. Im nächsten Arbeitsgang die Reifen ranmotiert. Im nächsten Arbeitsgang wird das Lenkrad ranmotiert. Im nächsten Arbeitsgang wird das Radio reinmotiert. Im nächsten Arbeitsgang werden die Türen ranmotiert und so weiter und so fort. Das kann ich von Arbeitskräften machen lassen oder entsprechend von Maschinen oder in Verbindung zueinander. Ja, und Werkstattfertigung und Fließfertigung kann ich auch in Kombination zu einer Gruppenfertigung antätigen. Und die Gruppenfertigung ist einfach nur eine Mischform. Gruppenfertigung als Mischform der Fertigungsorganisation beschreibt eine Kombination aus Werkstatt und Fließfertigung. In der Gruppenfertigung werden Werkstattgruppen gebildet, die eine Fließfertigung enthalten. Punkt. So, hierzu können wir exakt auch dieselben Beispiele nennen, die wir jetzt hier auch haben. Man muss immer schauen, ob sich das eignet für eine Gruppenfertigung. Wie gesagt, das hängt dann wieder vom Leistungsprogramm ab. So, kommen wir mal zur Baustellenfertigung. Baustellenfertigung, mal um das schnell abzuschließen. Beispiel, die Produktion eines Hauses. So, das muss nicht zwingend eine Baustellenfertigung sein. Das kommt darauf an. Es gibt auch Fertighäuser. Wie gesagt, ich definiere es jetzt einmal kurz, bevor ich das Beispiel ein bisschen erläutere. Arbeitskräfte, Betriebsmittel und Werkstoffe werden an den Ort des zu erstellenden Produktes gebracht. Zum Beispiel beim Haus. Ich als Eigentümer eines Grundstückes möchte jetzt auf diesem Grundstück ein Haus bauen. So, dann beauftrage ich ein Unternehmen X mit dem Bau des Hauses. Das heißt, Unternehmen X muss mit seinen Betriebsmitteln, mit seinen Arbeitskräften und mit seinen Werkstoffen zum Ort des Hauses kommen. Das Haus wird nicht in Unternehmen X produziert und dann zu mir geliefert, sondern es wird hier an meinem Grundstück gefertigt. Das ist die Baustellenfertigung. Deshalb seht ihr auch, diese ganzen Gerüste, die ihr an den Häusern seht, das ist eigentlich auch eine Baustellenfertigung. Wenn die Außenfassade von einem Wohngebäude lackiert wird, ist das auch eine Baustellenfertigung. Oder wenn neue Fenster eingebaut werden, dann werden eben die Werkstoffe, Betriebsmittel und Arbeitskräfte eben zu diesem Ort der Produktion gebracht. Ist sehr kostenaufwendig, kommen wir aber gleich nochmal zu den Vor- und Nachteilen, also Haus. Aber ich kann natürlich auch ein fertiges Haus kaufen, gibt es auch, habe ich auch neuerdings mal gesehen in Dokumentation etc., wo kleine Holzhäuser fertig produziert werden oder ein Bausatz produziert wird, der einfach nur zum Kunden geschickt wird. Ja, kommt darauf an, welcher Typ von Haus dort produziert wird. So, damit die drei Pakete abgearbeitet. Die Gruppenfertigung, wie gesagt, ist hier eine Mischform, eine Kombination aus der Werkstatt- und Fließfertigung. Jetzt kommen wir nochmal zu den Vor- und Nachteilen. Und dann sind wir auch fertig. Und zwar, wir fangen mal an mit der Werkstattfertigung. Vorteile der Werkstattfertigung sind die Flexibilität und die Unabhängigkeit. Nachteile, hohe Personalkosten und Zeitaufwand von Transportwegen. Dann haben wir die Vor- und Nachteile der Fließfertigung. Vorteile, Zeitersparnisse von Transportwegen und die Übersichtlichkeit. Nachteile, schwere Produktionsumstellung. Wenn ich also meine Produktion von Auto X auf Auto Y umstellen möchte, dann ist das sehr aufwendig. Und Monotonie der Arbeit. Wenn ich am Fließband immer die gleiche Tätigkeit, dann sehe ich, ich hebe meine Hand, senke wieder meine Hand, hebe meine Hand, senke wieder meine Hand, hebe, senke, hebe, senke. Sehr monoton die Arbeit. Ja, das war es im Prinzip schon. Und Baustellenfertigung, das habe ich hier gar keine Vor- und Nachteile formuliert. Ich gucke gerade noch mal. Nö. Aber bei der Baustellenfertigung kann man sich merken, die Baustellenfertigung ist eigentlich eher nachteilig. Sie ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, weil es einfach nicht anders geht, als eben die Arbeitskräfte und das Material zum Ort der Produktion entsprechend heranzubeschaffen. So, deshalb eher eine nachteilige Fertigungsorganisation. Einfach aus dem Grund, was sehr, sehr aufwendig ist, kostenintensiv ist, zeitaufwendig ist, das ganze Material und die Arbeitskräfte entsprechend zu diesem Ort zu bringen, zu transportieren. Ja, ich schreibe euch das alles noch mal unten in die Videobeschreibung hinein. Da habt ihr das wirklich noch mal zusammenfassen. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Grafiken benötigt, noch mal einen anderen Erklärungsansatz benötigt, dann schaut bitte euch die zwei älteren Videos an zu den beiden Themen. Wie gesagt, findet in der Playlist Archiviert enthalten. Das soll es jetzt von mir gewesen sein, das Video ist lang genug geworden. Schaut in die Videobeschreibung hinein. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao. Ciao.